Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Im letzten Part haben wir wieder ein paar Fragmente vereint und ein paar, besser gesagt, waren auf der Suche nach Leuten, die Fragmente vereinen wollen. Und sind hier tatsächlich bei dem Bergmanisch fündig geworden. Und ja, jetzt haben wir hier oben einmal eine Wohnenranke entstehen lassen und hier oben zusätzlich noch eine Kiste erscheinen lassen. Tja, und das wollen wir jetzt natürlich erstmal alles holen. Und das werden wir jetzt auch holen. Und das ist unsere Aufgabe für diesen Part. Nein, nicht das alleine, denn ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, was wir denn jetzt alles machen können. Und habe da eine Kleinigkeit übersehen. Und zwar etwas ziemlich, ja, in meinen Augen Wichtiges. Was das ist, das werdet ihr in diesem Part erfahren, Leute. Und zwar gehen wir jetzt erstmal, ich hoffe ich gehe jetzt gerade richtig. Geh weg. So. Es geht mir jetzt eigentlich gerade nur darum, dass ich, jawohl. Hauptsache hoch. Hauptsache ich komme nach oben. Das ist jetzt gerade das Wichtigste für mich. Hauptsache ich komme nach oben. Je weiter hoch ich komme, desto besser ist es. Na, komm her. Wunderbar. Und. Okay, Karte. Ähm. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Komm, ich komme hier doch jetzt sicher noch. Ja, toll. Äh. Kann ich dich wegschieben? Nein. Kann ich dich so rüberschieben? Oh, oh. Ähm. So geht das auch nicht? Hä? Ich kann von der Seite hier aus nicht weiter, oder was? Ach, das ist ja mal Assi. Komm, das ist Assi. Ach, komm. Toll. Ich kann die Blöcke von hier aus nicht verschieben. Ach, das ist Assi. Das ist einfach nur noch Assi, ganz ehrlich. Ach. Wird mir nichts anderes übrig. Mann. So, wo komme ich denn hin, wenn ich... Toll. Ähm. Hm. Die, 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 die. Wie komme ich denn da hoch? Ach so. Alles klar. Alles klar. Ich sage schon nichts mehr. Es war sowieso komplett falsch. Dann passt ja alles sonst. Was, Mann? Ihr wollt alle fotzen, oder was? Ihr wollt alle schlägen. So, ich habe leichte Panik, muss ich sagen, und zwar, seit mir einmal dieses kleine Missgeschick bei Zelda passiert ist, dass ich aus Versehen mein Headset auf Mute gestellt habe, schaue ich echt die ganze Zeit rüber zu Endo 23, ob auch ja der Geräuschpegel ausschlägt, ob auch ja mein Headset angeschaltet ist. Das ist übel. Voll die Paranoie schiebe ich mittlerweile. So, wir werden aber, bevor wir hier die Bohnenranke uns anschauen, erstmal wieder hier runterklettern, denn hier gibt es ja erstens einen Eremiten und zweitens eine Wand. Willst du Fragmente fallen? Nein! Gott bist du scheiße! Da wohnte 10.000 Jahre hier, niemand besuchte ihn jemals und dann will er nicht mal Fragmente fallen. Mann, 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 Mann. So, ich glaube, hier waren wir sowieso noch nie drin, wenn ich mir nicht irre. Oh, nein, hier waren wir noch nie drin und es freut mich sehr, dass wir hier sind. Es freut mich wirklich sehr. So, es ist ja zufälligerweise noch irgendwo eine Wand, die Fragmente fallen will, wenn ich dich erstmal gekillt habe. Du bewachst also mein Herzteil, ha? Du bewachst... Oh, oh, oh. Wow, wow, ein harter Gegner. Er bewacht mein Herzteil und ich habe gerade noch gewonnen. Was für ein harter Kampf um ein Herzteil. So, wie viele Herzteile brauche ich noch? Eins noch? Yeah! Ich brauche nur noch ein Herzteil. Ich brauche nur noch ein Herzteil. Scheiße. Der war gemein. So. Upp, ich muss hier weg. Ganz schnell weg. Komm, okay. Gut, hier ist nichts. Okay, aber anscheinend geht es hier irgendwie noch weiter. Also, hier muss noch was sein. Hier ist definitiv noch was. Nur was? Das ist jetzt die große Quizfrage. Die eine Million Euro Frage sozusagen. Eine Wand, die Fragmente verändern will. Yeah! Fusion! Beide Fragmente passen perfekt. Wunderbar. Geil. So, und somit ist auch die nächste Wand. Kein Problem mehr, denn zu dritt schaffen sie es zwar nicht, aber nun bekommen sie Verstärkung. Sehr, sehr gut gemacht. Und ein vierter Corona erscheint. Es riecht nur leckeren Steinen von der anderen Seite der Mauer her. Hilfst du uns? Nein, ich bin einfach nur so hergekommen. Psch, 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 psch. Boah, jetzt prügeln sie übelst auf die Wand ein. Karapusch. Oh yeah, Baby. Und weiter sind sie gekommen. Sehr gut. Und ja, ich weiß auch jetzt, was ich als nächstes machen werde. Ja, und... Es kann sein, dass ich dafür den Part brauche. Aber, ich werde im nächsten Part dann noch weitermachen. Klar, mit den ganzen, ähm, Quests, äh, Nebenquesten so und, äh, Fragmente vereinen und den ganzen Kack. Aber vorher werde ich das Schwert der Vier erzeugen. Denn, wenn man das Schwert der Vier hat, äh, Schwert der Vier hat, wollen wieder ein paar Leute mehr Fragmente vereinen. Und das hab ich total vergessen. Dann gibt es nämlich ein paar Leute, die dann, die erst dann Fragmente vereinen wollen. Oder die erst dann wieder Fragmente vereinen wollen. Und das Herzteil, yeah! Puh, gut. Gut, seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit für unseren 16. Herzcontainer? Oder? Ja, für den 16. Herzcontainer. Den schnappen wir uns, yeah! Und 16 Herzcontainer. Oh yeah, Baby. Es gibt nur noch 4 Herzcontainer für uns. Wow. Soll heißen, dass, äh, es gibt genau noch, äh, 4, 8, 12, 16 Herzteile gibt es noch. Und diese 16 Herzteile werden wir uns schnappen. Denn es gibt, was ich weiß, keinen Herzcontainer mehr. Geh weg, du, da hinten. So, wir müssen jetzt schnell darüber. Und drüber, da! So, äh, wo war denn das? Das war doch hier unten, oder? Ja, das müsste hier unten irgendwo gewesen sein. Ja, hier war das. Und sie Tropfen erschlagen. Ein Glücksfragment! Yeah, cool! Selbstverständlich freue ich mich auch über ein Glücksfragment. Sehr, sehr, sehr cool. So, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes sag ich euch, gehen wir jetzt zu einem, ähm, Schwertmeister und holen uns meine Lieblingsattacke. Ähm, eine meiner Lieblingsattacke. Sie ist, sie ist schon geil, die Attacke. Sie ist sehr, sehr geil. Aber wenn ich, wenn ich mal so recht überlege, die Attacke, die wir uns dann nachholen, ist auch verdammt geil. Nein, nein, das sind, das sind schon beides richtig geile Attacken. Und zwar, eine holen wir hier. Wir können jetzt zu ihm, wir könnten, hätten schon längst übrigens zu ihm hin können. Schon längst. Aber, mei, wir haben es vergessen. Oder besser gesagt, ich habe es vergessen. Ups. So. So, ich will mich nur in zwei bitte teilen. Äh, dann mache ich es auch so. Zack. So. Wunderbar. Hallo Schwertmeister! Wir holen uns jetzt erstmal dein Herzteil. Nun, hast du Rubine bei dir, die wir nicht gebrauchen können. Und noch eine Rubine dabei, die wir auch nicht gebrauchen können. Du bist Fragmenteverein, das finde ich sehr gut. Fragezeichen, das ist immer gut. Fragezeichen ist immer gut. Fusion! Fragezeichen bedeutet nämlich immer, es ist etwas Gutes für uns. Also es ist nicht irgendwie so ein Rotz wie... Hallo! Das ist sehr gut, dass der das heißt. Das ist sehr gut, den brauchen wir nämlich. Dieser Eingang ist sehr, sehr gut. Ich werde euch gleich bald... Äh, will in diesem Part noch zeigen, warum. Ich bin Maximaus, der wahre Meister der Schmerzkunst von Hyrule. Wenn du willst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willst, bei mir zu trainieren? Yo! Wollah, ich werde dich die Technik des Wirbelhebs lernen. Drücke Steuerkreuz und R für eine Fahrwärtsrolle. Drücke kurz vor dem Aufstehen den Knopf für das Schwert. Du zückst das Schwert mit deinem Schrei! Dies, der Ablauf! Hast du verstanden? Ja, bla 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 bla. Komm, komm, mach her ein bisschen schneller. Ja, bla 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 1, 2, 3, Marina Tunusai, genau. Okay. Also, was hat er uns erklärt? Wir machen eine Rolle Und zücken das Schwert bei deinem Schrei Sehr Sehr gut, ich überreiche dir diese Schrift Der Schmerz für uns Das kannst du doch nicht mehr nachlesen Denn es ist in der Sprache geschrieben, die du nicht lesen kannst Sehr gut So, was machen wir denn als nächstes? Ganz einfach, als nächstes Holen wir uns Richtig Eine neue Schwertechnik Und zwar Theoretisch gesehen Die letzte Theoretisch gesehen holen wir uns jetzt halt die letzte Aber eben nur theoretisch gesehen Na gut, praktisch gesehen ist es auch die letzte Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine Ihr werdet gleich verstehen, was Wo gehe ich eigentlich hin? Verdammt Ich muss doch in die Simfit von Taopo Das Spiel ist geil Mit geiler Musik Die ist einfach nur offengeil Mir fällt kein anderes Wort mehr ein Außer einfach nur Sau geil Diese Spiel ist saugeil Es ist nur geil Mir fällt kein anderes Wort ein Es ist so geil einfach nur noch Gut Als erstes rennen wir hier rüber Da müssen wir glaube ich hin Wenn ich mich nicht irre Wenn ich mich nicht irre War das hier irgendwo Da müsste ich mich jetzt schon wirklich sehr irren So So Na das Und zwar hier unten war das irgendwo Nein Da doch nicht Da will ich hin Hey hier kann ich Oh der goldene Gegner Ich habe mich ganz vergessen Oh wir haben die Schlange schon wieder da unten reingebackt Oh da will ich ein grünen mitmischen Jo kein Problem. Gut. So, hier schwimmen wir jetzt kurz rüber. Ach fuck, ich muss da rüberfliegen. Ah. Und ich muss den nochmal besiegen. Ach Leute. Ich will doch nichts anderes als eine Schwerttechnik. So. Wunderschön. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Oh mein Gott, ey. Ich nehme schon wieder 13 Minuten lang auf. Mann, 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 Mann. Ich erreiche in diesem Part viel weniger als ich dachte. Viel, viel weniger. Aber egal, zu den beiden Schwertmeistern schaffen wir es noch. Hups, habe ich mich jetzt einfach verplappert? Nein, habe ich nicht. So, erstmal zu ihm. Ich bin Magnus I., der größte Meister der Schwertkunst aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich, am besseren gibt es nicht. Bist du willst, bei mir zu trainieren? Jooo. So, dann, ich werde dich die höchste Schwerttechnik lernen. Die große Wirbelattacke. Start deine Wirbelattacke, drücke wiederholt den Knopf. Es ist vollbracht. Ist dir der Ablauf gewahr geworden? Jooo. So, so, glaubst du, du wirst, wie die Hohe Kunst vollbracht ist? Du Spetzige, ich muss mein Mengen. Bla, 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 bla. So, mach eine nette Technik. Eins, zwei, drei, Marjäne, du bist mein Sklave. Achtung, yeah. Das ist ja noch gar nichts. Zeig mal die richtige große Wirbelattacke. Und, das ist die große Wirbelattacke. Naja. Feierlich überrechne die Falze und Schwätzchen blablabla Gut Das sind jetzt Somit haben wir jetzt alle Schriftrollen Denn wir können erst zu ihm Wenn wir alle Anderen Schriftrollen haben So Nun haben wir alle Schriftrollen Allerdings Gibt es noch ein paar Meister Bei denen wir jetzt noch nicht waren Zu denen wir auch Das uns auch nichts gebracht hätte So und zwar Will ich es in diesem Part wenigstens Noch zu ihm hinschaffen Und zwar Muss ich dafür so Da unten, die merken wir uns mal die Wand Da gehen wir gleich hin Ja komm So Schnell Pegasusstiefel So und zwar müssen wir dafür Hier rein So Und da ist er Der Schwertmeister von die Rolle Also gut Leute Was der uns beibringen wird Das erfahren wir dann im nächsten Part Von The Legend of Zelda Der Minish Cap Ich danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Oh Bis zum nächsten Mal